Flüchtling Nr. 26. Marco Giordano Ich hoffe, wir holen die drei vierten Führung vor der neuen Verziehung, da ist der KS Alley aus VWG, David Hiscox aus Österreich, das war vor der März 32, der in der Inde und 096 und gleich hier aus Mannheim. Das sind die fünf, die jetzt auch die heiße und nur 1.000 Meter in der Inflationen auswählen. Noch der Eintritt von der 19.20 Mato Jordan. Habt ihr jetzt mithalten können mit der 137 PSI-Way aus der Ferro und der Tennis-Cops aus Österreich. Die drei Köpfe jetzt hier um die nächste Runde. Letzte Runde für Marco Giordano, für Declanisport und für Jens Helmein. Vor Covid, vor Declan und vor Jens. Und wir haben dazu ein Mögenstein für die Unterstützung. Und wir haben hier ein Pops von Tieren.